Musik Mit unserer Hightech-Agenda investieren wir wie kein anderes Bundesland in künstliche Intelligenz und Supercomputing. Das ist das neue Level der Technologie der Zukunft, wird Wohlstand schaffen und viele lebensverbessernde Prozesse bringen. Zum Beispiel in der Medizin, wenn es um Krebserkennung und Bekämpfung geht, zum Beispiel in der Robotik, um länger selbstbestimmt leben zu können. Bei der Forschung des Klimawandels beispielsweise und auch bei der Mobilität. Also die evidenten Vorteile sind relativ klar und wir wollen, dass Bayern eine der führenden Nationen der Welt wird, die sich damit beschäftigen. Und damit schaffen wir eben Wohlstand und Arbeitsplätze der Zukunft gerade für junge Menschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017